hallo kurz das ist mal zu wie immer und schnell können hören kann was auch immer was er er ist wirklich ziemlich erkältet also ich krieg kaum noch Luft weiter zu vor Ort es wird halt die da wird sich ein bisschen nachgeholt wieder aus der Tag 4 5 6 oder was da kann ja was wieviel noch und ja ist keine ahnung also mir trotzdem der so weiter hier runter und drauf die gerade ja die rotze eben und ich kann nichts machen und ja ich hoffe guckt jeder playlist wenn ja irgendwas was anderes sehen wollt ja ich hoffe ich werde ich schnell wieder gesund ein bisschen es tut mir auch jetzt ein bisschen leid aber gut ich muss eh mit herr ja neue welt anfangen weil wir haben hier particles eingezogen seitdem mit den technik fluch und weiter sofort und ja habe ich seitdem auch nicht ok nicht mehr weiter gespielt ja wie gesagt es ist mit partikeln neu angezogen der anderen kommt vielleicht doch ich glaube ich gehe gleich schlafen ja gut ok shen knife ich guck mal gerade noch ein bisschen was ich für Kolbe habe und so alles gut das was dann die robs sind da eigentlich dazu gedacht nach oben zu bauen also zu dem zu den fliegenden inseln zu kommen was in der luft ist ja und sieht sich hoffentlich die nächste die robs wieder oder ich brauche es kommt weiter hoch ich habe keinen lobs mehr ja ja doch habe ich noch und da war es noch ganz weit hoch ich habe ja auch spielkarra auf soft vorgestellt weil wir diese dicks wir mit den danschen da wissen zu weit ging hallo ne ne da nicht gut oh hallo weg mit dir gut bis demnächst oder bis irgendwann ich habe keine ahnung wie lange die erkennung dauert ich bin extrem krank ich bin auf um